So sieht er also aus, der Mehrwert von Convert. Schauen wir uns doch an, was er alles zu bieten hat. Was auf jeden Fall hinter dem Mehrwert von Convert steckt, sind die erstklassigen Mitarbeiter. Die Convert Immobiliengruppe ist nicht nur das führende Altbau-Development-Unternehmen in Wien, sondern ein erfolgreicher zentraleuropäischer Wohnimmobilienkonzern. Basis des Unternehmens sind die zwei Säulen Immobilieninvestments und Immobiliendienstleistungen. Im Segment Immobilieninvestments hat sich das Unternehmen auf vier Bereiche spezialisiert. Den Verkauf von Wohnungen und ganzen Objekten. Die Vermietung von Wohnneubauten. Das gewerbliche Wohnen. Sowie die Vermietung und das Development von Wohn- und Altbauten. Das Kerngeschäft von Convert. Neben Immobilieninvestments verfügt Convert seit Ende 2007 auch über einen Immobiliendienstleistungsbereich, der die gesamte Wertschöpfungskette des Immobiliengeschäfts abdeckt. Zu den Dienstleistungsbereichen gehören das Management von Immobiliengesellschaften, die Immobilienmakelei und Wohnungsprivatisierung, die Immobilienverwaltung, die Immobilienversicherungsdienstleistung, die Immobilienentwicklung und das Baumanagement. Convert ist eine Immobiliengruppe mit einer exzellenten Unternehmensgeschichte und organischem Wachstum aus dem bestehenden Immobilienportfolio und dem Dienstleistungsgeschäft. Wir erbringen alle Dienstleistungen intern und bieten diese auch Dritten an. Durch diese Vollintegration ist Convert jetzt noch mehr wert. Hinter diesem vollintegrierten Mehrwert stecken viele Erfolge. 1982 begann die Erfolgsgeschichte. Günter Kerbler gründet die erste Convert-Gesellschaft. 2002 ging Convert an die Börse. 2003 erfolgte dann der Markteintritt in Deutschland. Ausgerechnet in Berlin, das nahezu pleite war. Aber die Preise waren extrem tief, die Renditen dementsprechend hoch. So konnte Convert erfolgreich die Sicherheit des Westens mit den Renditen des Ostens kombinieren. Seit 2008 gibt es eine neue erfolgsversprechende Strategie. Vom Wiener Zinshaus Kaiser zum mitteleuropäischen Wohnimmobilienkonzern. Convert erzeugt somit einen noch größeren Mehrwert.